Schild holen. Ich könnte hier ein paar Moves holen. Ich könnte höher springen, ich könnte schneller rennen, ich könnte so ein Ausweich-Ding machen. Das ist, was ist das nochmal? Ah, das ist, glaube ich, so ein Dingensprung. Critical Mass Ability, die brauche ich im Moment noch nicht. Sprung Kick brauche ich auch nicht. Ach, während dem Spritten einpacken, das könnte ich noch gut brauchen. Das Mankind is your mask, you dig through, blah, 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 yourself, blah, 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 copy the last. Ah, das braucht kein Mensch. Wir gehen hier, das Schild, das ist verdammt praktisch. Brauche ich das jetzt schon? Äh, ich nehme erst mal schneller springen. Äh, höher springen. Das brauche ich hier noch nicht. Das hier kann ich noch brauchen. Okay. Äh, keine Ahnung, was das sein sollte. Ich glaube, ich nehme noch das Schild, dafür habe ich jetzt noch Geld. Geld. Yeah. Und den Rest, den, äh, behalten wir jetzt einfach mal so, wie er da gerade ist. Äh, ja, bla, 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 ja, ja. Ah ja, das kann ich, das kann ich selber erklären. Ja, was das Schild kann, das kann ich auch selber erklären. Das ist ja kein Blind Run. Wenn ich R drücke, dann kommt hier dieses Ding hier. Und da kann ich all meine Fähigkeiten auswählen, von denen ich natürlich jetzt noch gar keine habe, außer dem Schild. Jetzt habe ich zwar das Schild, aber man sieht es nicht, weil das sieht man nur im Springen. Jetzt sieht man es. Jetzt habe ich so ein Schild und da kann ich einfach mal durch alles durchrennen, ohne dass irgendjemand interessiert. Aber das habe ich vorhin gesagt, wenn ich nicht da oben in das rote, äh, in den gelben Sternen gehe, kann ich tun, was ich will. Dann kann ich machen, was ich will. Oh, scheiße, jetzt habe ich irgendjemand gesehen. Aber wir gehen jetzt einfach mal hier rein, weil wir sonst nichts Besseres zu tun haben. Doch, ich weiß, was man noch Besseres tun kann. Man kann kurz Pause machen und, äh, Fraps resetten. Bis gleich. So, und weiter geht's. Oh nein, ich will... Was? Nein, 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 nö, 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 ich will... Ich will hier rein. Ich habe doch schon was gekauft. Oh, toll, ich brauche, äh, dieses... Ich brauche den hier, sonst kann ich das Level nicht starten. Äh, Double Tap Release... Irgendwas. Jaja, brauche ich sowieso nicht. So, dann starten wir mal die Mission hier. Wir finden nichts. Jesus Christ, nicht so. Sorry. Okay, uh, ihr Partner? Es ist nichts übrig, da. Es ist egal, ich bin auf deinem Laptop. Laptop? Ja, das kam in die Package den Tag, nachdem du AWOL ging. Look. Ich habe das Mädchen gesehen. Es macht Sinn. Es gibt nur zwei Namen in der Filme. Die zweite ist diese Frau, Elisabeth Green. Sie ist noch in isolierung in der Gentech. Do you know who sie ist? Ich weiß nicht, dass sie mehr als ich. Sie ist nur eine Mädchen. Was sind diese Leute? Ich kann mich nicht erinnern. Axiom wird nach dem Ruhm, Grimstone wird den gesamten Sektor entgegen und enthält niemanden, der in der Region befindet. Ich will das von Daybird entgegen. Herr, es gibt ungefähr 100,000 Menschen in der Blu-Zone. Ich bin nicht interessiert in Entschuldigung. Geh es getan. Das ist eine Situation, ich denke, dass Ihr Team ist gut zu sein, Captain. Wie lange bis Ihre Männer sind? Wir sind bereit und warten. Wir werden hier in der Region befinden. Wir werden hier in der Region befinden. Mit Respekt, Herr Herr. Die Operation in der Region 12 Millionen ist etwas mehr als meine Männer können. Die Situation hat bereits verändert, Captain. Sie sind nicht in der Region befinden. Deine Team hat ein einziges Ziel. Alex Mercer, der Code namens Zeus, hat eine neue Strain. Er hat 50 von meinem Mann und hat einen 2-Foot-Steer-Ball. Interessiert? Ich bin Ihr Mann, Herr Herr. Ich muss Ihnen erzählen, was am Ende ist. Ja, ja. So ist das. So. Was muss denn? Go to the Gentek Facility. Aha. Alles klar. Wow. Wie habe ich das jetzt gemacht? Yeah. Nein, 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 du Trottel. So, dann gehen wir mal zu diesem sogenannten Gentek-Gebäude. Bam. Ah, solche Superkräfte will doch jeder gern haben. Damit wäre das Leben manchmal viel einfacher. Naja, okay. Wenn man bedenkt, dass man mit solchen Superkräften vielleicht nicht immer und überall willkommen ist. Man wird überall nur als ein Monster bezeichnet. Aber egal, dafür hat man ja die ganzen Waffen und kann den Leuten dann auf freundliche Weise sagen, dass man doch ein ganz lieber Kerl ist. So. Wie weit ist es noch? Nein, ich will fliegen. Oder wenigstens gleiten. Das muss ich mir, sobald ich es kann, holen. Schneller. Usa. Jetzt muss ich was probieren. Ja, ich habe doch gewusst, dass ich es noch kann. Hehehe. So. Das ist das Gentek-Gebäude. Und nun. Was nun? Was müssen wir tun? Das ist die Aufgabe. Ich muss jemanden finden, den ich in die Fasilität kann. Okay. Gehen wir einfach mal rein. Nein! Ich volltrottel. Das wollte ich nicht. Ich wollte es viel cooler machen. Aber egal. Die haben natürlich wieder keine Ahnung, wer ich bin. Und dann. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Hier. Dieses blaue Symbol. Den müssen wir, ähm... Den müssen wir absorbieren. Wir müssen ihn konsumieren. Wir müssen mal wieder Drogen nehmen. Und mit dem kann ich dann ins Gebäude ran. Aber seht ihr dieses komische Ding da? Ja, das da. Das da. Das sieht meine, ähm... Das sieht. Das sieht hinter meine Fassade, wenn man so will. Und das ist natürlich schlecht. Wenn ich zu lange im Kreis von diesem Ding stehe, dann werde ich auffliegen. Und hier Panzer und überall Gegner und sowas ist natürlich schlecht. Aber ich glaube, wir können da einfach reinrennen und den dann absolvieren. Ja, das Teil braucht nämlich verdammt lange. Ja, 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 ja. Ich habe es gerade erklärt. Ich muss den hier absolvieren, Mann. Okay, er ist mein Ticket inside. So, jetzt absolvieren wir den einfach mal. Und ein weiteres Erinnerungsvideo. Was der hell passiert da? Team 1 drofft Kahn, nur nach dem Ende des Haltungszellenbereich. Das ist alles. Entschließt es aus. Keine Person geht in oder kommt aus dem Gentech-Bilding. Ich will es mit Level-4-Protokollen. Weg. Fuck. Irgendjemand hat... Jeder und alles hat mich jetzt erkannt. Das ist natürlich schlecht, wie man sich denken kann. Was? Einfach mal weg hier. Einfach weg. Und dann wieder verwandeln. Und keiner hat mich jemals gesehen. Jetzt gehen wir einfach direkt ins Gebäude. Bam. Was? Nein, nicht... Ich bin ein Trottel. Oh Gott, ich bin der dümmste Mensch. Ich habe es gerade verbockt. Toll, ich habe den Sergeant Heini absolviert. Und jetzt habe ich einen Soldaten absolviert. Und jetzt komme ich nicht mehr ins Gebäude rein. Ich dummer Mensch. Wow, was tue ich da? Du siehst mich nicht. Du hast mich nie gesehen. Ich bin unsichtbar für dich. Alles klar. So, und jetzt können wir den Typen gleich nochmal absorbieren. Yeah, rückwärts Salto. Mal schauen, ob es diesmal gibt. Jetzt müssen wir den Typen nochmal absorbieren. Der ist jetzt auf unheimliche Art und Weise einfach mal wieder... respawnt. Eigentlich fair, sonst... wird das Spiel natürlich nicht mehr gehen. Seht ihr da hinten? Der Typ. Er lebt noch. Ähm... Ja, machen wir nochmal genau gleich. Ja, ja, ich weiß, dass ich den absorbieren muss. All right, er ist mein Ticket inside. Schnell hier hoch. Jetzt in Ruhe absorbieren. Konsumieren, meine ich natürlich. Jetzt schnell weg hier. Ihr habt mich nie gesehen. Ich bin unsichtbar. Ach, was soll's. Setzen wir Gewalt ein. Ah. Der Helikopter ist weg, aber... irgendwelche Soldaten-Fuzzis haben mich immer noch gesehen. Red Crown. Request Strike on Target 200 Meter. So. Noch alles beruhigen lassen. So, jetzt... Diesmal verkacken wir's aber nicht. Diesmal gehen wir einfach schön gemütlich ins Gebäude rein, ohne dass irgendjemand was merkt. Mit geilem Rückwärtssalto. Bam. Uh, das war fast dumm. So. Lauf schneller. Something strange over there. Something strange in a neighborhood. Dann hier rein gehen wär dumm, weil dann will mich diese komischen Sensoren-Dinger sehen. Who you do call? Ghostbusters! Warum ich das grad singe? Keine Ahnung. Wo ist das Gentech-Gebäude? Verdammt. Nein. So. Hier vorne. Jetzt sind wir richtig. Geht mir aus dem Weg! Ihr Kackpenner! So. Jetzt können wir da gemütlich rein. Ohne dass irgendjemand was checkt. Yay! Und Cutscene. Lecker! Ja. Ja. Das ist mit mir. The time for waiting is over. Danke, sehr nett. Sehr gastfreundlich. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Was ist das? Was ist das? Ohne dass macht das G Docs? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht alle. Es geht darüber nach vorne.